Das Hauptfeld ist und bleibt aus meiner Sicht die Modernisierung, zum Beispiel der russischen Wirtschaft, Klammer auf, auch der Gesellschaft, Klammer zu. Hier ist im russischen Interesse, im ureigensten Interesse der Menschen in Russland eine riesengroße Aufgabe. Wir haben Felder Hightech, Raumfahrt, Energie, Maschinenbau, man könnte vieles nennen, wo man sich wunderbar eigentlich ergänzen kann und wir haben es ja schon gezeigt, wir haben ein Handelsvolumen von Deutschland und Russland von 80 Milliarden, da gibt es Riesenpotenziale und wir sollten ganz schnell wieder dazu übergehen, diese wirklichen Dinge, die wirklich wichtigen Dinge wieder in den Mittelpunkt zu stellen und dann lässt sich manch anderes auch besser lösen. Danke. 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 Danke.